Willkommen, ihr kleinen Batzen, zu unserer neuen... Nein, nee. Sorry, wenn ich dich unterbreche, darf ich mal wieder Anmoderation? Ja, mach halt. Servus, liebe Freunde, und willkommen zurück auf dem Kanal GameBuds. Heute, mach du wieder weiter. Heute auch live für euch mit Hosencam. Damit ihr mal wisst, wie es da unten ausschaut. Ihr seht, schon hinter diesem Kanal steckt ziemlich viel Konzept. Hast du das Skript jetzt eigentlich gelernt? Ja. Wir können nicht immer Freestyle vor der Kamera schieben. Tut mir leid, aber... Ja, das machen wir schon im Skript, aber irgendwie... Das ist wohl der schlechteste Pin, den ich je gesehen habe. Das war heute nix. Was war bei dir so die Woche loserzählt? Ich hab viel geschlafen und gegessen. Läuft. Das ist doch alles so lustig. Doch, stimmt. Was gibt's Neues? Wir haben den ersten Strike auf unserem Kanal bekommen, weswegen wir jetzt drei Monate lang nicht mehr streamen können. Warum? Das Video Gronkh Knocked Bulli aus wurde als unangemessen gemeldet und wurde somit aus der Videoplaylist entfernt. Ihr könnt eine Beschwerde einlegen, wo wir noch am Überlegen sind, da ich der Meinung bin, irgendwo... Man hat so viele anstößige Videos auf YouTube und unser Video wird gemeldet und runtergenommen, wegen vielleicht dem Titel, was ein bisschen in die Irre führt oder innerhalb, wo halt jemand ne Watsche bekommt oder so. Ich weiß auch nicht, oder? Ja, ich denke mal, dass das Ganze eher auf so in Richtung Image-Schaden gehen wird. Aber, ja, ich find's ein bisschen übertrieben. Wie findet ihr es? Schreibt's mir in die Kommentare. Da unten. Wo waren die Kommentare nochmal? Ich überdick, ich überdick. Mach weiter, ich überdick. Ähm... Da unten, Mann! Ooooooh, okay. Bist du schwul? Aber wie bei Ihnen bei Unnutzen Sachen sind, es gibt viele, viele Unnutze. Fragen würde ich sagen, wie geht's? Halt doch dein Maul. Ja. Ihr versteht, was ich meine. Wir haben ein paar Beispiele zusammengeführt. Viel Spaß! Der ganze Satz, der war unnötiger als meine Geburt, das ist dir hoffentlich klar. Wie war die Babi-Bubi? Hat dafür die Eier eingefallen? Hahahaha. Hattest dich auch verspielt, Digga? Quatsch, Mann, Alter. Ich wollte doch nur eine neue Musikrichtung erfinden. Ey, komm mal schnell, komm mal schnell! Oh, scheiße. Bist du hingefallen, Alter? Äh, ich wollte trainieren. Ja, ja, okay, ich bin hingefallen. Oh, bist du müde? Was? Ich? Äh, ich mach bloß ein bisschen Kiefer-Training. Fertig, heute. Gute Übung. Oh, hast du grad Wasser verschüttet? Ne, ich tu'n Brunner, wenn wir besser machen. Scheiße. Ey, hast du grad deine Jacke kaputt gemacht? Ne, Quatsch. Das dir bitte ne kalt ist. Hier. Ne, danke. Bitte. Wir haben, wie ihr vielleicht gemerkt habt, in letzter Zeit einen großen Abo-Zuwachs bekommen durch ein Gewinnspiel. Wir wollten erstmal vielen Dank an die Sagen, die geblieben sind, denn in letzter Zeit gehen wieder sehr viele runter. Da das Gewinnspiel so gut funktioniert hat, haben wir ja gesagt, wir legen noch einen drauf. Was legen wir drauf? Fertig, wir legen einen drauf. Und zwar haben wir für euch eine PS4 mit zwei original verpackten Spielen, Alter. Aber werdet ihr erst am Montag drauf erfahren, welche Spiele es dazu gibt. Das sind wir uns irgendwie noch nicht schlüssig. Und was ihr dafür tun müsst. PS4 kommt auch bald. Das heißt, ihr werdet am nächsten Montag sehen, die PS4. Ihr werdet sehen, welche zwei Spiele es dazu gibt. Es sind wieder drei Sachen in einem, aber diesmal kann es nur einer gewinnen. Und was ich noch tun muss, ist... Oh, ich hab's gewusst. Danke für das Nachmachen, Karin. Bitte. Du sagst, wir machen jetzt noch ein Outro und wir sehen uns am Samstag wieder. Und nee, das haben wir ja schon gesagt. Wieso Samstag eigentlich? Ja, Donnerstag auch. Sonntag, Mann. Heute ist Sonntag. Ja, wir sehen es ja wieder und wieder und wieder. Ich will dich eigentlich gar nicht mehr sehen. Das macht ja nichts, aber die schaut ja immer zu. Da kannst du ja auch gar nicht mehr auf den Kühlschrank, aber rausschneiden. Wieso schneid ich aber mit rein? Dann nimmst du einfach von Heimhaus auf. Genau, so machen wir das eigentlich eigentlich. Wir sehen uns ja gar nicht schnell, das kann durchflangen. Also normal geht's, aber heute. Heute ist die Verbindung schlechter. Besser. Besser, ja. Wir haben eine 200-Leitung. 200 Kiloby. Das ist quasi mit Anfassen. Wenn du Pornos schaust, kannst du dir die Titten begrapschen. Habt ihr eigentlich schon mitbekommen, dass es jetzt mittlerweile VR-Bring gibt? Die kosten 19 Euro, die könnt ihr ins Handy reintun und könnt dann Pornos in 360 Grad Ego-Perspektive anschauen. Wer wollte nicht sehen, wie es hinter der Couch aussieht, wo gecastet wird? Ich wollte schon immer mal, ey, du siehst nie den Boden. Nie. Wer weiß, was da rumliegt. Überzeugt euch selbst, bis zur nächsten Woche, beziehungsweise bis zum nächsten Video. Und tschüss und ciao. Ich bin auch nicht ganz raus. Achso, wie machen wir das jetzt? Geh mal runter, geh mal runter. Ja, okay, warte. Oh Gott, der ist so schlecht, ne? Der ist so schlecht. Boah, ich hab mich doch gebrochen, Alter. Die Spiegelung. Ja, geh, fahr mit dem Lift, bitte. Okay. Die Tür geht nicht schnell zu. Harte. Es ist cool, wie wir da unten die ganze Zeit die Hose aufgenommen haben. Geh mal Schritt zurück. Geh mal Schritt zurück. Wir machen die Hosencam. Ja. Wir machen auch live die Hosencam. Heute auch live für euch mit Hosencam. Damit ihr mal wisst, wie es da unten ausschaut. Was ist denn Kron, Alter? Oben sieht es so aus. Und unten sieht es so aus. Oben sieht es so aus. Und unten sieht es so aus. Oben sieht es so aus. Und unten sieht es so aus. Oben sieht es so aus. Und unten sieht es so aus. Ich gehe aus, Alter. Ich ziehe mich aus.